Hey Freunde, damit kommen wir zu dem Auftrag, erhalte dein nächstes Ziel beim mächtigen Monument, Phase 1 von 2. Mit dem mächtigen Monument ist natürlich die Fundamentstatue gemeint und diese finden wir hier auf der kleinen Insel. Dazu landen wir jetzt hier oben einfach drauf. Zack und wie ihr seht, erhalten wir damit den Folgeauftrag. Jetzt hören wir uns das hier noch einmal kurz an. So und damit wäre der Auftrag dann auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!